Konnichiwa meine Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Street Fighter 5. So, es gibt jemand neuen hier, Story-Modus, und zwar Alex. Und da wir den noch nicht gemacht haben, werde ich den jetzt in den Story-Modus hinzufügen. Deswegen schauen wir mal, was mit dem so ist, weil die Story habe ich jetzt noch nie gesehen oder gemacht. Deswegen mal sehen. Oh, das ist, weil du niemals eingestellt warst. Okay, wir machen jetzt morgen. Hier, Sandwiches. Ich habe sie richtig gemacht, diese sollte besser sein. Gotcha. Ich verzei es. Okay, ich werde zurück, um die Lunchbox zu holen. Okay. Oh nein. Der ist schon wieder. Oh! Oh! A tandem simulation output halves individual capacity. Are we done? I need to get back to repair my trailer. Go back? Do you not realize what's happening here? What? Our glorious organization has kidnapped you. You will be continuously tested as an experimental body until you reach your final obsolescence. Das? What the hell? There's no use in panicking at this stage. Next file! Birdie! Ach du Scheiße! Damn it! Alter, hol dir mal ein größeres T-Shirt, ey. Ich hab... Boah, ist das ein Koloss, Alter. Der Alex hier. Ich hab mit dem nur einmal gespielt. Ich hab keinen Plan, ey. Whatever! Komm her, du Fett-Sack. Ey, jetzt soll man auch nicht zu stressen, Dickerchen. Ach, Scheiße hat er mich jetzt hier. Yay! Nein! Nein! Nicht sie! Sie ist so schnell! Ach Gott. Ich sag er, sie ist schnell. Hör mal auf, jetzt fühl dich so. Ich weiß, da ist das eine Wiese, wirklich. Oh, die hat mich geblockt, die blöde Fue. Ja! Gestand, du Hexe! Bam! Yes! Gab's noch einen anderen. Eine andere Greif-Attacke noch. Cool! Ryo! Oh mein Gott! Das wird immer schlimmer. If there's no way out. Fuck ey. Jo. Das ist doch mein Freund. Ah, der kleine Arsch. Ich hab das Gefühl, die sind ein bisschen besser geworden hier in Kami-Modos. Das ist doch eine Scheiße. Nimm das! Juhu! Was? Der groß alter Ryo ist ja schon ein Riese eigentlich. Aber der ist ja ganz krass. Das ist ja das Doppelte von ihm. Heftig. Aber das kann man jetzt auch nicht wirklich Story nennen. Ah! 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 Oho, was nie zluß. A dream? Were you sleeping again? My dad was just asking if you looked at the invitation. Oh, and here, some more of your mail. A gift for your work at the base? What's that even mean? Why are you asking me? By the way, why don't you wash your face? You have a scratch on it. Scratch? There wasn't a... Nein, das war kein Traum oder so. Oje. Okay, wir haben jetzt ein Outfit bekommen, cool. Und wir kriegen ja auch Level und Punkte, also das Spielgeld hier. Damit kann man sich dann neue Sachen kaufen, echt cool.